aber noch nichts gibt ich glaube es ist ich bin bei P.O. das ist komplett anders hier drin das ist wirklich die A2 holy fuck ne oben ist ja hier ist sogar der dritte Seed für den für den für den Bomber das haben die schon fertig gemodelt ja aber der Hangar unten ist komplett leer der wird ja komplett anders kommen ja diese Morps rein was aussieht die Müssel auf irgendwen geschossen aber vielleicht hast du ja trotzdem irgendwie schon Raketen drin die werden noch nicht angezeigt mach mal Schiff an oh ey dann hast du wahrscheinlich noch nicht mal den äh Powerplane drin mann nein das gibts doch nicht ich kann ich halt gedrückt es passiert nichts also ich kann nicht starten schade ach come on kann nicht mehr aufstehen 30 K aber damit